Also wir gehen über zum Kaliber 125 mm. Ich sage jetzt mal alle vier an, die jetzt nacheinander kommen. Das ist einmal die Colorful Dahlia, die Gold Strobe Palm with Blue Pistol, die Silver Crackling and Willow Flower und die Silver Glittering. Viel Spaß! Aber krass, was 25 mm ausmacht.